Ich befürchte, dass wir irgendwie gleich runterfallen, weil wir hier im Klack laufen. Ich mein, das Spiel ist... kann ein Arschloch sein! Kenny... Ken! What? Ken! Was ist das? Deine Sonne ist der Sonne. Geh raus, Lee. Du wißt, er stirbt! Keiner weiß die Böse. Er wird egal. Gewe dich auf, Mann! Das ist vorbei! Er ist tot! Ich habe eine wirkliche Familie, die ich versuche, nicht den fucking Scham, die du nach hinten schlägst. Wie schlägst du dich nach einem Tag wie heute? Wie schlägst du dich mit deinem Freund? Was ist das Ding? Er ist ein bisschen verrückt, aber wir können einfach nicht weitergehen. Es ist ein Schrauch. Er ist nicht wie die anderen. Jesus, all y'all are just making it worse! Kenny... Er ist ein Schrauch. Er ist ein Schrauch. Wenn du dich mit deinem Freund hast, was du hast? Wie du das hier bist? Wie du das hier hast, oder? Du hast es nicht geschaut, Herschel. Ja, ich habe. Und jetzt ist es mit mir zu kommen. Das ist nicht so, was du ausgesehen hast. Das ist nicht so, was du ausgesehen hast. Das ist nicht so, was du ausgesehen hast. Du hast dich mit deinem Freund. Du hast dich mit deinem Freund. Du hast mich nicht so, was du ausgesehen. Wenn ich dich mit deinem Freundin am Tag zu leben. Wenn ich mir helfen, wenn ich jemanden schreie, in der Boden schreibe. Das ist nicht so, wie es funktioniert. Du hast es nicht. Du wirst das nicht. Du wirst sie nicht. Verrückst dich, Mann. Du wirst deinen Freund. Das ist nicht so, was du hast. Wie ist das? Was ist das? Danke. Ken, ich denke, es ist Zeit. Ich denke, es ist Zeit. Der Junge wurde getötet, in case Sie nicht herauszufinden. Geh so lange, wie Sie brauchen. Es gibt keine Zeit, um zu nehmen. Was werden wir tun? Wir können nicht erlauben, ihn zu werden, eine dieser Dinge. Aber was, wenn er nicht... Ken, ich liebe Sie sehr viel. Ich liebe unseren Sonn mehr als Leben selbst. Ich brauche Sie, um mich zu hören. Was Sie sagen, dass er nicht erinnert, ist schuldig. Aber... Ja, wie sehr. Ich würde euch besser sagen... Wenn du einst, dann lass mich wissen. Ist das nicht eine Art Berge? Oder etwas, wie wir ihm einfach geben können? Sie müssen einfach nach Hause gehen. Sie sind einfach nach Hause. Right, hon? Ich meine... Jesus, das ist unser Son. Ich weiß. Aber wir wissen, dass es hier ist. Oder nichts. Oh, was... Ja, das war ja. Ja. Give us a moment to say goodbye. Of course. Oh god. I don't know. I have to tell you. Oh. Yeah. Look, Clem. Things are... What the? No! Ben, take Clementine into the train. Go. It'll be fine. Cat, get it. Gotcha. Why, Cat? Honey. Oh fucking god. Oh my god. Oh shit. Hi. Katja. Katja. Oh fuck. Oh my god. He just lost his wife. It hurts me. Oh my god. God he's alive. Kenny. Oh god. Oh my god. Oh my god. I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. What do you think about what Chuck said? What did Chuck say? What happened to Duck? What happened to me? What happened to Duck? What happened to me? Chuck. What the? She is a little child. Hey. How are you doing? I don't care what reason you had for doing it. No reason to go and tell my girl she's gonna end up dead. Yeah, of course it is true. But she is... 10! And she was 7? Okay. I'll figure it out. Well, get to figuring. Cause it'll be on top of us before you know it. Look, sit down with the girl and hash it out. Find a map for Christ's sake. I'd give you one if I had it. And if something were to happen to you... It won't. If it were, you gotta prepare the girl. Teach her to use a weapon and for crime and he cut that hair. Like a gun. Are you kidding me? What? She's too young to handle one? There ain't too young. Not anymore. You gotta consider her a living person. That's it. You're either living or you're not. You ain't little, you ain't a girl, you ain't a boy. You ain't strong or smart. You're alive. Look at her hair. Find some scissors in my pack. And take care of that hair before Walker does it for you. And then show her how to use a gun. Cause like it or not, that's what saves your life from here on out. I don't mean to tell you how to do your job. But too many people have died already. They have. And seeing another little girl die might just do me in. I hear you. A plant, a haircut and a gun. It's good advice. It's something. I shut the kid, you know. I suppose someone had to. What a mess. You said it. You have any family? Out there, somewhere. Been sort of on my own for the past, oh, 14 years now. I'm sorry to hear that. No one to blame. You're homeless then. Eh, I suppose. I've had homes here and there. And they just don't work out. I like a drink. You know? Yeah. Got any? No. Darn. Where are you headed? Eh, that way? I mean, when we get to Savannah. I got a few ideas. We'll have a talk when we get there. About whether or not you folks won't company. Be safe up here. You betcha. I find not good what he did. That he just got to you. But... Hey, man. Oh, Kenny. You and me? We... Let's just get to the ocean. You still want to get a boat? It's still the best plan. Can. It's the best plan. I'd like to take her. I'd like to take her. You wouldn't mind if I... Look in there for a second. I really wish... You just leave me alone. Okay, we won't get the cards. Then we'll go back to the plan. It hurts me, Kenny. Hey Ben. Hey. Carly didn't have to die, you know. She would have killed me instead. Yeah, maybe. Aren't many of us left. Yeah. You, me, and Kenny. Clementine. The homeless dude if he sticks around. We're all homeless. You know what I mean. There's not much use in describing people by who they were. Yeah. I guess not. See you. Yeah. The door to the boxcar. Is this this? Haha. Whiskey. Ich hoffe, wir sind nicht mehr auf dem Treffen. Okay, wir haben ja nichts zu verlieren. Oh, ich kam einfach nicht klar damit, dass sie tut. Chuck wollte wissen, ob du ein Bier hast. Er hat etwas? Ja. Ja, das hilft. Danke.